Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer Ausschau-Veröffnung. Eigentlich lieber Alt-Rampfer, denn es ist ja fast kein Heimspiel hier. Ich freue mich, dass es so viele gibt. Eine fantastische Ausstellung verdammt an zwei Leuten ganz besonders. Einerseits Frau Bittelo, die es überhaupt nicht ertragen hat, dass zwischen der letzten Ausstellung und der nächsten Ausstellung so ein großer Zeitraum ist. Und wir haben die Frau Melz überzeugt, hier mit ihren Arbeiten eine Ausstellung zu gestalten. Ich bin sehr froh darüber. Erst war ich so ein bisschen im Namen auf die Schaffende. Und ich muss jetzt wirklich hier meine Anerkennung ausdrücken. Wir danken Ihnen, dass Sie ein Patron zu uns haben, die wir arbeiten, die ich überführe gestellt haben, dass wir die Sachen ausstellen können. Wir denken gerade in der Ausstellung, dass wir Sie da draufstellen, spannend zu sein, wenn man den Sach-H-Effekt, den man hier hat, wenn man bestimmte Sachen, die man kennt, was man da an dem Moment vielleicht haben will. Ja, ich bedanke mich erst mal ganz herzlich über diese Anzahl der Anwesenden, Freunde, Bekannte und vor allem meinen fleißigen Helferin, Frau Bittelerin und Frau Marika Böhm, ohne die dieses Werk nicht zustande gekommen wäre. Es ist einfach, dann sage ich, wieder zu fotografieren, aber das entsprechend zu dokumentieren und in solche Rahmen zu bringen. Also, danke noch mal. Aber vergessen manches bleibt, es gab auch schöne Tage, wie er in man sich bleibt, in man sich bleibt. Ich lege zu herzlich bei Ihnen noch vielen Dank, dass der bisher so tolle Musikhaltung am seltenen Dank steht. Ist alles gut zu tanzen? Und alles? Danke. Uh, danke schön. Çok startest. Vielen Dank.